Ich bin's wieder, euer Moses. Jetzt kommen wir zu den Power Moves und in diesem Video zeige ich euch den ersten Power Move, den Backspin. Der Backspin ist ein fresher Einsteigermove, auf den alle anderen Power Moves aufbauen. Deswegen beginnen wir so, dass wir die Beine offen haben, setzen unseren Arm hinten ab, unseren Unterarm und schwingen mit dem rechten Bein zur Seite. Sobald wir hier diesen Move ausgeführt haben, wandern wir mit dem Oberkörper auf unsere Schulter und ziehen unsere Beine Richtung Decke gespreizt und machen uns klein. Ich zeige euch das noch einmal seitlich. Wir öffnen die Beine, setzen unseren Arm hinten ab und schwingen unser Bein seitlich über den Kopf. Sieht so aus und landen auf den Schultern. Die Hände sind hier in den Kniekehlen oder ihr haltet euch an den Handgelenken fest, damit ihr auch schön eine Kontrolle habt. Noch einmal. Fünf, sechs, sieben, acht und eins. Ja, also das heißt, wenn ihr euch am Anfang größer macht, nehmt ihr richtig doll Schwung und sobald ihr euch klein macht, könnt ihr euch schneller drehen. Wie ihr seht, Leute, kann es mega Spaß machen. Deswegen übt es zu Hause und wir sehen uns. Viel Erfolg!